Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, täglich zockt das Mummeltier. Heute... Fortnite! Und wie gesagt, auf dem PC. Ich habe ein bisschen geübt. Aber ich muss eins sagen, ich bin immer noch grottenscheiße. Ich muss weiter üben, weiter üben, weiter üben. Das kann man nicht an einem Tag üben. Genauso nicht wie beim Abi. Aber ich bin halt schlecht, wird noch besser. Aber meine Gegner sind nicht schlecht. Wird auch für mich auch noch besser. Und falls ihr euch fragt, ja das ist der Akkorn von Yoast, wieso bin ich hier drauf, erkläre ich gleich in der Runde. Wir gehen erstmal in eine Runde. So, da sind wir in der Runde. Naja, die Zen ist ein bisschen hoch. Ich sagte, Leute, ihr könnt jetzt noch kein Killer warten, denn... Ach du Scheiße, die bleibt hier halt so. Das ist auf dem Maximum die Zen ist in dieser... Ihr könnt noch kein Killer warten von mir. Schließlich... Ich habe zwar früher auf PC gespielt, aber da war ich da... Der Lost ist der Lost hier. Das kann ich euch nicht vorstellen. Naja, ihr seht halt meine Bau-Einstellung. Ich habe hier ähm... L-Umschalt für Wand. Das ist halt die Taste, wo normalerweise immer Rennen drauf ist. Weil ich habe ja Outrun. Dann habe ich Q für Boden. Boden verwirrt mich immer am meisten, aber ist halt das einzige. So, die linke Maustaste. Davon benutze ich ähm... Zwar hat die für Pyramide, aber ich kann nur die links oben verwenden. Weil alles andere, vor allem auch rechts, ist einfach zu krampf. Und ein Ausrat für... Wechseln, wenn ich denn... Waffe hätte. Oh, Kinderass. Oh, wir haben ihn. Ach... Schäm dich, Kollege. Du wurdest von dem größten Noob... PC-Noob ever gekillt. Okay, der erste Kill. Leute... Ihr werdet mich... Och nee, nicht du, scheiß Granatenwerfer. Ich hasse das Ding einfach. Ihr wisst gar nicht... Ich muss mal was erzählen, ne? Wie mich der Ton von meinem PC aufregt, ne? Der Ton regt mich so übelst auf... Der PC macht eigentlich sonst nie Probleme. Aber... Der Ton... Ich weiß nicht, wie oft ist er mir schon Schrott gegangen? Er schraubt nicht... Er verpackt halt immer. Der Schirm ist heute mal wieder, ne? Deshalb, ähm... Nehme ich das etwas später aus, aber für mein Verhältnis... Ich weiß nicht. Na, die beiden nicht. Die... 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 Was bums denn da hinten die ganze Zeit? Nein. Du merkst, ich bin... Lost. Was was? Was die... Naja, was war ich meine, der 10 Jahre... Und ich saß da so, äh... wollte vor Ort hochfahren. Aufnehmen. Fohlen erstmal so. Update. Zwei Stunden. Ey, dann wäre das jetzt nicht ganz, ne? So, hab ich da zwei Stunden gesessen, wie es auf YouTube geschaut und gewartet. gewartet. So, bei 99 Prozent des Updates... Okay. Ähm... Bei 99 Prozent des Updates... Was passiert so? Ich hab halt einen Scheiß Headset Kabel, das fängt mich so auf. Ich hasse Kabel. Ich hasse die in der Rekhalel. Kabel für Headset Kabel... Ich wollte, weil... ich hab ne Gaming Maus, die kannst du mit oder ohne Kabel... Oh ho 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 ho... Lecker, schmecker! Also das... das ist anders so ich weiß ich weiß geschichte weiterzählen und zwar 99 prozent des updates ich sitze und kommt ganz leicht gegen das mauskabel also ganz leicht gegen das mauskabel ich stößt ein kann man den ganzen tag also nicht das mauskabel gegen das Headset Kabel ich stößt eigentlich fast den ganzen Tag dagegen weil das einfach zu kurz ist ich kann mich wenn ich mich aufrecht hinsetzen und dann ähm naja ganz mies ähm stoße ich da halt so gegen und war das aber nicht so dagegen schuss es war so ganz leicht bin ich gegen gekommen das war nur so ein 6 Minis oder ist das ein Schrottriss ne und dann auf einmal Thron weg Thron komplett weg ich dachte schon das war einfach schon schraub gegangen das kann doch nicht sein ich hab da dann gebohrt mit dem gestraubt gebohrt gedings alles mögliche ich dachte der Thron das wäre kaputt gegangen ich würde die ganze Zeit schützen aber ich sehe keine Sauna so ich dachte der wäre kaputt und ich hab da auch andere dinge rein ok ich war am verzweifeln ich dachte was soll ich jetzt machen können wir ein Video aufnehmen und dann habe ich letztendlich gesehen weißt du dass sich nur durch dieses bloße leichte berührende Headset Kabel in irgendeiner Einstellung der Ton ausgeschalten hat und da kam ja dieser andere Modus daraus dieser wie heißt er noch dieser ihr wisst doch dieser Soul Wars mit der welcher Oh My goodness Was ist das für eine Mucke? So, wir gehen mal weiter erzählen Freunde, also ich zockte dann also auf die Wieserkasten noch da, ne? Einen Tenniswitch und dann, was passierte? Also ich drückte so ein Wurst und dann auf einmal hab ich gesagt die Einstellung kommt einfach hoch vor und spätestens bestätigt bei meiner Theorie war ich, als ich im Cyberscope gegangen bin den Kontrollstück ein bisschen nach links geändert man durch den ganzen Bildschirm gezogen hat Eben so, what? Was machen also? Geh in Einstellung gucken nach Tatsächlich, die Einstellungen waren auf irgendwelche höheren Einstellungen hochgesetzt Der Witz bei der Sache war jetzt aber, dass man die nicht mehr zurücksetzen konnte Das war, einfach grau markiert Nö, geht nicht Das war kein Geld Oh, ne, Leute waren keine Wette Oh, ne, Leute waren keine Wette Ja, wie halt wieder nichts ist, ne? Da oben auch nicht Ich kenn's doch Da auch nicht Ich kenn ein bisschen der Tunst und auswendig Ne, ne Pistole Ne, ne Pistole Das ist ja nicht Was soll ich damit machen? Soll ich die mir in den Arsch schieben oder was? Enemy spawned Das ist doch so ein Schwitzer, ne? Nein! Oh mein Gott Ah Oh, oh Oh Gott, alter Der war schmackhaft Leute, Leute, Leute Ich muss jetzt sagen, dass wir ein WSD Ne, Leute, net Aufgeschnitten Und wo? Ihr Untermenschen Übelst Bounce King Spawns Genau deswegen Hacker, durch die Wand, habt ihr das gesehen? Das will ich in einer Zeitlupenaufnahme noch mal sehen, das war safe durch die Wand, was willst du tun, wie war das nicht drauf? Was? Das ist doch ein Scherz. So, dann haben wir noch was hat geregelt und zack. Ne. Oh, was ist das? Das ist doch ein Scherz. 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 das ist jetzt auch gesetzt. Komm, pique nochmal. Zeig mir ein schönes Gesicht. Das ist unfair. Okay, der Typ hackt. Definitiv. Der Typ hackt. No! Ich hasse die Spiele. Das ist immer... Oh ne, ne? Hallo! Schalt mal dein Hacklein aus. Der Typ geht immer so auf den Sack, ne? Ja, du hast immer so... Schalt mal dein Hacklein aus. Wenn du schon mal da was und ich glaube noch, Dann cüft mir das immer so einfach an die Harten. So, ich kriege doch mal ein paar Harte. So, ich sehe zu dir, das kann mir nicht mehr so einiges machen. So, ich möchte jetzt auch die Harte. So, ich bleibe das Harte. Du kannst die Harte. So, ich nehme meine Harte. du kannst dich michہ wenn mein Harte. So, ich lege das. So, ich habe mich nicht mehr salts. Ach nee Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Er hat 10 HP! So Leute, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Gebt eure Bewertung gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch viel Glück beim Gewinnspiel. Und es wäre auch nett, wenn ihr mal sagen würdet, wie ihr das jetzt mit dem PC findet. Naja gut, ich sag dann mal an der Stelle Tschüss und wir sehen's beim nächsten Mal.